Jenny Elvers, geboren am 11. Mai 1972 in Lüneburg, ist eine deutsche Schauspielerin, Reality-Show-Darstellerin, Autorin und Moderatorin. Elvers wuchs in Amelingenhausen auf einem Heildorf bei Lüneburg und besuchte in Lüneburg die Realschule O'Deme, die sie mit der mittleren Reife abschluss. Mit 18 Jahren wurde sie zur Heidekönigin des Heideblütenfestes von Amelingenhausen gewählt. 1989 begann sie eine Ausbildung an der Schauspielschule Die Etage in Berlin. Anschließend besuchte sie ab 1993 eine Schauspielschule in Hamburg und schloss diese mit einem Diplom ab. Danach bildete sie sich an der American National Academy of Performing Arts weiter, einer privaten Institution in Studio City Los Angeles. Seit den 1990er Jahren ist Elvers als Moderatorin und Schauspielerin in Deutschland tätig. Ihr Image als Luder wurde 1995 durch einen freizügigen Kurzauftritt in dem Film »Männerpension« von Detlef Buck und durch medienwirksam öffentliche Auftritte begründet. Auch ihre Beziehung zu Heiner Lauterbach, Thomas D. und Alex Jolik, mit dem sie einen Sohn hat, sorgten für mediale Aufmerksamkeit. Ab 2003 war sie mit ihrem Manager Götz Elbertshagen verheiratet. Als das Paar wohnte in Rheinbach seit April 2013, lebt das Paar in Trennung im Oktober 2014, wurde die Ehe geschieden. Bereits im November 2013 kündigte Elvers an, den Familiennamen Elbertshagen abzulegen. Sie zog im September 2014 mit Sohn und Lebensgefährten nach Marbea. Ab 1996 spielte sie eine wiederkehrende Rolle als Psychotherapeutin in der Fernsehserie »Nikola« mit dem Rollennamen Elke Pflüger. Im Jahr 2001 moderierte sie an der Seite von Maike Tatzik die interaktive Late-Night-Show »Big Brother – Das Quiz« auf RTL 2 zur zweiten Staffel »Big Brother«. 2004 moderierte sie »Klatsch-TV« auf Sat.1. Die Sendung wurde nach wenigen Monaten eingestellt. Nach längerer Fernsehabstinenz arbeitete sie ab 2005 als Moderatorin im Home-Shopping-Kanal RTL Shop und versuchte sich zudem als Sängerin. 2006 erntete Elvers mit ihrer Darstellung einer alleinerziehenden Mutter im Detlef-Buchs-Film »Knallhart« das Lob der Kritiker. Ebenfalls 2006 kündigte Christoph Schlingensief ein Theater- und Filmprojekt mit Jenny Elvers als Lady Diana an. Am 14. September 2006 kam »Cadro City« an der Volksbühne Berlin zur Premiere. Im Mai 2007 wirkte sie bei der RTL-Show »Let's Dance« mit. Im Oktober 2007 spielte sie zum wiederholten Male »Die Buhlschaft« bei den Berliner Jedermann-Festspielen. Im Jahr 2010 stand Jenny Elvers im Kölner Theater am Dom als Mrs. Robinson im Stück »Die Reifeprüfung« unter der Regie von René Heinersdorf auf der Bühne. Nach einem Auftritt in der Vorabend-Talkshow »Das« am 17. September 2012 bei dem Elvers verwirrt wirkte, deuteten Medienberichte an, sie sei alkoholkrank. Sie begab sich zwei Tage später für sechs Wochen in stationäre Behandlung in die Bettyford-Klinik in Bad Brückenau. In einer am 4. Februar 2013 auf RTL ausgestrahlten einstündigen Sondersendung unter dem Titel »Jenny Elvers – Die ungeschminkte Wahrheit« thematisierte sie ihre Alkoholkrankheit öffentlich. Vom 13. September 2013 bis zum 27. September 2013 war sie Teilnehmerin von »Promi Big Brother« von Sat.1. Sie war Finalistin und gewann die erste Staffel mit 71,48 Prozent der Stimmen. Nachdem sie bereits im Jahr 2000 in der November-Ausgabe des Deutschen Playboys zu sehen war, ließ sich Elvers für die Februar-Ausgabe 2016 erneut ablichten. Anlass war ihr Auftritt in der 10. Staffel der RTL-Sendung »Ich bin ein Star, holt mich hier raus«, in der sie als zweite Teilnehmerin am 9. Tag von den Zuschauern aus dem Camp gewählt wurde. 2016 trat sie in dem Music-Video »Allen allein« des Musicers »Drangsal« auf. Im September 2018 veröffentlichte Elvers ihre Autobiografie »Wackeljahre – Mein Leben zwischen Glamour und Absturz«. Im September 2018 ber ashamed dem spectacular tant derrift Epheserer' Institutt服 Unverschämthe Im hazardous Im I Im Im